hallo liebe bienenfreunde heute wieder bei zwölf grad mal bei den bienchen vorbeigeguckt wie schaut es aus wie sieht es aus an den fluglöchern ihr seht ihr selber es wird fettpollen heimgebracht ist unglaublich hier roter gelber beiger verschiedenste farben wahnsinn echt knalle manche völker die sind richtig richtig aktiv schon jetzt wollte ich euch noch mal kurz zeigen wie es hier abgeht da kommt die nächste sehr schön sehr schön und wieder und weise beige rot gelb wobei die gelblichen die weise die hellen ich denke es könnte auch wahrscheinlich popolis sein schon baumharz die da verarbeitet werden zu popolis im stock naja schön voll die sonne kommt ein bisschen raus und hier eine ganz Fotogege sehr schön ok bis bald ciao